Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part von Dark Souls Kupia to Die Edition. Im letzten Part hat mich Gwyn richtig geweckt. Und ich habe mich jetzt zu folgendem entschieden. Ich werde jetzt immer 30 Minuten Part aufnehmen und da Gwyn versuchen. Wenn ich scheitere, lösche ich den Part und nehme einen neuen Part auf mit 30 Minuten. Wenn ich wieder scheitere, lösche ich wieder den Part. Und das mache ich so lang, bis ich ihn dann endlich besiegt habe, weil ich bezweifle sehr, dass ihr einen 5 Part langen Bosskampf anschauen wollt. Also, ja. Eingerede, kurzer Sinn. Es geht jetzt los. Ah, ja. Ich habe zu spät gedodged. Ich nutze. Ja. Fängt schon wieder gut an. Konzentrieren. 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 Und jetzt wieder durchlaufen. Konzentrieren. 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 Weil es kann nicht sein, dass der Wolfsring bei ihm nichts bringt, wenn er sogar bei Artorias was gebracht hat. Dann wird er bei Gwynwoll... Nice Hit! Dann wird er bei Gwynwoll auch funktionieren. Normalerweise! Wow! Jo, gleich nochmal! Naja... Neuer Aufnahmetag, neues Glück, dachte ich mir. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja in diesem Part, da muss ich keine weiteren mehr aufnehmen. Wer weiß, wer weiß! Ich hoffe es zumindest sehr, dass ich ihn in diesem Part schaffe. Guck mal! Ja, hier der Bade-Typi! Okay! Okay, nochmal kurz wegrollen. Und du machst jetzt wieder... Ja, das war zu früh. Okay! Jetzt muss ich aber zweimal heilen. Läuft! Ja... Ja... Zwei Mal parieren und der wäre right down gewesen. Wenn das so ist, wenn ich so die Hitze überlebe, dann wechsle ich natürlich zu diesem Ring hier. Damit ich halt noch mehr Schaden mache, weil das ist auf jeden Fall der rote Tränensteinbereich. So, du drehst mich jetzt nicht nochmal. Hast mich aber schön in der Luft abgefangen letztes Mal. Ja, ich wollte gerade rollen. Wie oft er schwingt? Na ja, im Vergleich zum Neo Game Plus... Ja... Machen die viel weniger Schaden. Im Neo Game Plus wäre es ungefähr drei Viertel von meiner Lebensenergie, die ich jetzt habe. Oder der Axt-Typie. Mit seinem starken... Ja... Mit seinem schweren Angriff, weil die Axt das auf den Boden legt und dann hoch schwingt. Das ist komischerweise eine Two-Hit-Kombo, die mich dann One-Hitted. Ah, wieder zu früh. Jo... Läuft bei mir. Läuft! Ja, ohne Balance ist das halt so eine Sache. Okay. Und der Wolfsling gibt noch 40. Okay. Jo... Voll daneben, Kumpel. Jo... Voll daneben, Kumpel. Und du magst... diesen Angriff mit dem Speer. Diesen Angriff mit dem Speer. Was aber kein Speer ist, sondern eine helle Bade. Ah, ich dachte, jetzt habe ich es. Er hat mich getreten. Okay. Jetzt muss ich ihn halt parieren. Oh! Oh! Yo! Jawoll! 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 Ist klar! Oh yeah! Seele Aschefürst Gwyn! Und nochmal! Und nochmal! Da ist ein Platz! Direkt unter mir! Und nochmal, weil es so schön war! Haha! Ah ja! So, hier ist jetzt irgendwo das Leuchtfeuer. Ja! Da ist das Leuchtfeuer. Und da ist der Ausgang. Und ich wähle den Ausgang. Die schwarzen Ritter sind übrigens weg. Die schwarzen Ritter sind übrigens weg. Oh, wie ist das frei? Auch wenn alles in die Geschichte hinter Uber keiner ist. Na ja, also bei uns Papier. Dich drehte ist nun aus. Anders in uns weg. Eine glamour. Ich upfronte den Ausgang zu suchen. Das mailla reắng, dass du ein bin, dein Unschläpp. Der finstere Fürst. Leute, es ist vollbracht. Dark Souls, prepare to die Edition. Die Credits. Es ist vollbracht. Ich liebe dieses Spiel. Soundtracks bei Bossen hat es auch sehr gute. Spiel gefällt mir generell nur PvP. Da gibt es einige Idioten, sagen wir mal so, die meinen Skill zu haben, wenn sie Magie oder Miracle oder Pyromantie spammen. Waffen Buffs sind ja okay. Aber halt nicht solche Wars of Gods oder so'n Scheiß. Und dann gibt es noch die Hacker. Nicht zu vergessen. Oder die One-Shot-Backstabber mit den Crystal-Wade-Swords. Ja. Und so weiter. Dann gibt es welche, die nicht verbeugen. Und die sich auch noch heilen. Oh ja. Na ja. Ich gehöre halt nicht zu diesen Leuten. Ich verbeuge mich eigentlich immer. Außer. Außer wenn ich direkt angegriffen werde ohne Erbarmen. Ja. Naja. Okay. Ich habe auch nicht mehr zu sagen, außer dass ich dieses Spiel wirklich liebe. Dark Souls 2 finde ich aber nicht so gut. Aber Dark Souls 3 ist dafür umso besser. Ich habe auch leider keine PS4, sonst hätte ich mir Dark Souls 3 ist längst geholt. Hehe. Ja. Artorias of the Abyss. Ach herrlich. Es ist vollbracht, ja. Und ich glaube ich sage jetzt nichts mehr außer noch eine Sache. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vor allem diese Person, die ich dieses Let's Play Projekt widme. Ich werde den Namen natürlich nicht verraten, aber er weiß schon wer gemeint ist. Also ich hoffe es hat euch allen gefallen. Und ja. Ich sage dann tschüss und bis zum nächsten Projekt. Tschau. 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 Pszen. Dann bin ich. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020